hallo freunde es gibt mich noch heute mal wieder ein video wie ich es schon lange nicht mehr gemacht habe nämlich ein video direkt nur für youtube was ist los was war los was naja ist denn die letzten monate und jahre so passiert ihr habt ja schon lange nichts mehr so direkt für youtube von mir gesehen eigentlich und obwohl ich schon so lange eigentlich nicht mehr wirklich aktiv aktiv was hochlade auf youtube kommen bis heute immer noch kommentare auf dem letzten let's read halo die sich wünschen fordern teils teils das let's read halo doch bitte weitergehen soll und also persönlich finde ich das schön das ist wirklich eine sache die sage ich mal naja zeigt das doch irgendwas von all dem hier was ich hier fabriziert habe über die jahre in sachen youtube und twitch gut gelaufen ist und für die die immer noch anscheinend fast nur wegen halo folgen werde ich jetzt in diesem video bald entwarnung geben können aber lasst mich erst mal von vorne anfangen ihr werdet es ja mitbekommen haben oder manche von euch die sich noch erinnern mögen die vielleicht immer noch von damals da sind damals von vor über drei jahren mittlerweile mehr dreieinhalb jahre vielleicht ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie lange das jetzt eigentlich schon her ist ja ist ja auch egal so knapp über dreieinhalb drei dreieinhalb jahre was in dem dreh der ein oder andere wird es mitbekommen haben dass damals noch ja resident evil 2 das remake gerade fresh war und wir das gerade frisch angespielt hatten auf dem alten pc noch und noch so das ein oder andere let's play together mit shadow und bacon den history of gaming leuten und vielleicht natürlich gehört auch dazu lief und ja auch let's read halo lief auch noch zu dem zeitpunkt und dann war abrupt alles zu ende ja einfach so warum war das so der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen manche sind ja auch auf twitch gefolgt für die streams und sind geblieben bis heute manche nicht manche sind vielleicht auch schon ganz weg und bekommen das jetzt hier gar nicht mehr mit und manchen ist es vielleicht auch völlig egal die wo weiter zuhören möchten die können natürlich dranbleiben und die die es nicht interessiert bei ist halt so ich erzähle jetzt mal aus meinem leben ja plötzlich war alles vorbei warum ich sag mal drei große dinge haben sich innerhalb aller kürzester zeit ergeben erstens das werden die meisten mitbekommen haben ist mein pc verreckt mein alter den ich davor hatte und ich war zu diesem zeitpunkt weder finanziell in der lage noch emotional in der lage für ersatz zu sorgen denn relativ zeitgleich ich bin mir heute nicht mehr sicher was zuerst passiert ist und in welchem abstand zueinander aber es war relativ zum gleichen zeitpunkt hat meine damalige freundin mich verlassen aus heiterem himmel aus für mich bis heute ziemlich heiterem himmel shit happens dinge passieren so ist das leben damals aber hat mich das ziemlich aus der bahn geworfen und hat mich für einige monate in ein ziemliches depressionsloch geschmissen was vielleicht der ein oder andere nachvollziehen kann wenn man das eben immer gewohnt ist jemanden bei sich zu haben und plötzlich ist man ganz alleine wie das dazu gekommen ist und was sich daraus ergeben hat und was auch immer da jetzt noch passiert ist ist jetzt auch für dieses video egal ich will nur dass ihr wisst es war eben mehr als nur eine sache die dazu geführt hat dass ich von jetzt auf gleich überhaupt nichts mehr hochgeladen habe gar nichts mehr das hat halt einige monate angehalten ziemlich habe mich hier auf der couch verkrochen habe mich in einem loch verkrochen bin ich mehr rausgegangen habe keinen mehr gesehen habe nicht großartig kontakt zu irgendjemandem gehabt und ja alles in allem so könnte man jetzt sagen macht das übliche nach einer trennung ja nur bei mir ich vertrag sowas nicht so gut bei mir hält das wirklich monate an und ich sitze monate hier und tue nichts gar nichts und verschließe mich vor meinen eigenen freunden verschließe mich vor der gesamten außenwelt oder habe das getan und ja basically im grunde genommen habe ich mich aus allem rausgenommen aus jedem einzelnen ding in meinem leben sei es jetzt arbeit sei es youtube sei es twitch sei es freunde sei es überhaupt soziale kontakte ich war weg von der bildfläche verschwunden monatelang und stück für stück bin ich dann wieder so ein bisschen aufgetaut und habe überlegt wie ich halt weitermachen kann mit youtube und twitch noch nicht aber so generell und das hat halt angefangen dass ich einfach in der zeit habe ich nur mal so am rande sehr viel elder scrolls gespielt sehr viel fallout gespielt oblivion skyrim dem vierer new vegas und das hat mir ein stück weit so ein bisschen geholfen wieder zu versuchen irgendwo hinzukommen weil es hört sich blöd an der ein oder andere wird es nicht nachvollziehen können ist egal wenn ihr es nachvollziehen könnte schön das war schlicht dass ich über diese geschichten wieder versucht habe anzufangen zu connecten mit anderen menschen über thematik elder scrolls über thematik fallout mit anderen menschen zu reden wo kann man das tun in social media auf twitter zum beispiel da bin ich ja jetzt am aktivsten ich weiß jetzt aktuell zu der sekunde von diesem video sind noch facebook links und so auf diesem youtube channel die sind alle passe facebook gibt es schon lange nicht mehr für mich twitter gibt es aber allerdings noch und twitch war auch so eine variante es hat sich ergeben ich habe twitter meinen alten account gesucht nicht gefunden 9 erstellt twitter benutze ich seit dem relativ eigentlich jeden tag twitch hat sich auch so langsam wieder angebahnen sage ich mal ich habe angefangen bei leuten zu gucken versucht wieder langsam darüber zu connecten mich langsam darüber wieder rein zu finden das hat funktioniert irgendwann hatte ich aus dem nichts wieder dieses bedürfnis nach streams einfach also selber zu streamen nicht zu gucken selber zu streamen und mein pc war ja aber immer noch futsch und weder hatte ich hier moneten dafür noch hatte ich wie ich zu dem zeitpunkt dachte die geräte dafür dann habe ich einen stream gesehen richtig beschissene tonqualität also vom sprecher und richtig seltsam alles anzusehen es waren keine overlays da es war keine stream chat einbindung da es war gar nichts da es war einfach nur das spiel fertig und dann habe ich gemerkt der streamt über eine konsole die ps4 war es und ich dachte mir so ob das über die xbox one auch geht mal ausprobieren habe einige tage lang hin und her probiert und habe mir vor ein bisschen geld was ich noch zusammen gekratzt habe ein headset für die xbox one gekauft habe mir hier so ein richtig behelfsmäßiges abge wirklich beschissenes setup gemacht es war besser als man meinen sollte aber es war schon echt sehr behelfsmäßig ich hatte hier einen alten laptop den ich von meinem besten freund bekommen habe der alle drei stunden abgeschmiert ist und neu gestartet werden musste da hatte ich twitch offen meinen eigenen stream offen weil ich ja über die konsole keine stream vorschau hatte habe mein chat offen gehabt darüber habe auf der konsole gespielt war mit irgendwie 5000 kabeln umgeben weil ich ein kopfhörer kabel vom fernseher aus bis hier auf die couch gehabt habe dann hatte ich natürlich die stöpsel im ohr vom fernseher um was zu hören hatte aber gleichzeitig das headset irgendwie manchmal auf und manchmal umhängen also das headset was im xbox one controller drin ist weil das überträgt nur voice aber keine in game sounds und dann hatte ich noch den controller selber der mit ladekabel und allen pipapo alles super behelfsmäßig super verrückt aber so habe ich wieder angefangen so ein bisschen einfach zu streamen sag ich mal und ein bisschen auch eben mit menschen zu connecten am anfang war es relativ ruhig bis auf chaos der ein oder andere der vielleicht ein stream schon mal nachgeguckt hat hier auf youtube kennt vielleicht chaos aus den streams aus diesen aufzeichnungen chaos der von anfang an da war vom allerersten stream an praktisch ne stimmt gar nicht nicht vom allerersten stream aber von relativ zügig relativ früh einer der ersten streams war schon da am anfang lief es natürlich so wie immer man spielt und redet mit einem leeren chat so ist es halt auf twitch auf streaming plattformen auch auf youtube manchmal man produziert und produziert und produziert ein video nach dem anderen und nach zwei jahren hat man die große ernüchterung dass die videos bis heute null views haben dass sich keiner jemals das angeguckt hat was du da mit deinem wissen und gewissen und mit deiner liebe und deinem herzblut was du da reingesteckt hast je angeguckt hat ernüchternd auf jeden fall es ging weiter es hat sich so eine kleine community über die wochen und monate hin zusammengesammelt ich habe verschiedene spiele gestreamt am anfang assassin's creed 2 assassin's creed brotherhood assassin's creed revelations dann ging es irgendwann mit der halo masterchief collection rund weil die da raus kam beziehungsweise die kam nicht raus die wurde re-released für den pc und zu dem zeitpunkt habe ich dann halt auf der xbox one gespielt weil ich hatte immer noch keinen pc dann habe ich resident evil 2 das remake was ich ja hier auf dem pc auch schon angefangen hatte als videos was ihr ja doch am ende noch sehen konnte praktisch wo es dann ja auch mittendrin ab gebrochen hat nach der dritten vierten folge angefangen auf der xbox one zu streamen das lief auch super red dead redemption 2 habe ich mir dann geschnappt und das lief auch super aber es kamen immer mehr leute es kamen leute die auch geblieben sind für die spiele für mich und es war schön es waren eine schöne zeit die einfach angefangen hat es war nie viel es waren keine 100 leute bei weitem nicht ich glaube ich habe niemals die 20 views geknackt ich glaube vielleicht ein zwei mal dass es knapp 21 22 leute waren aber das war es auch aber es war schön es war eine angenehme zeit und das hat mir so einfach die confidence also die das selbstvertrauen wieder gegeben einfach ja mich öffener zu zeigen wieder und überhaupt wieder raus zu kommen und ähm einer meiner viewer hat mir dann ja tatsächlich einen äh pc zukommen lassen nicht das allerbeste modell aber auch kein schrott ding einen guten moderaten pc konnte man mit arbeiten sehr gut sogar und den benutze ich jetzt immer noch der steht hier neben mir äh und mit dem konnte ich wieder anfangen auf dem pc zu zu spielen und zu streamen und zu connecten und das habe ich dann auch getan so stück für stück habe ich wieder streams gemacht let's read halo by the way war mehr oder weniger in meinem kopf eigentlich äh nicht wirklich präsent in der ganzen zeit kann man leider sagen ähm halo war halt einfach leider also das buch gespielt habe ich es ja äh aber das buch oder die bücher ihr könnt sie auch gerade da sehen das hier sind alles halo bücher die da wo da oben stehen und diese diese lücke hier ist vielleicht dem ein oder anderen schon aufgefallen diese lücke hier die sagt mehr als ihr denkt komme ich gleich noch zu ähm wie gesagt let's read halo war da mal überhaupt nicht in meinem kopf ich hatte wenn überhaupt nur gestreamt und keine klassischen let's plays oder let's read oder sonst irgendwas mehr in der richtung für youtube gemacht ich habe dann irgendwann zwischendrin ich weiß gar nicht wann angefangen die ganzen stream aufzeichnungen von twitch rüber zu exportieren auf youtube und die zumindest so stück für stück naja stück für stück ich habe sie alle auf einem schlag veröffentlicht war bis heute auch glaube ich nicht so die schlauste egal ist wie es ist und ähm ich habe hier eine kleine checkliste ich muss da mal kurz äh drüber gucken äh ja während ich auf der xbox one noch gestreamt habe und dann auch später als ich auf dem pc gestreamt habe hat sich das dann so ergeben dass man so viele leute kennengelernt hat manche hat man dann auch mal privat getroffen so ging meine ersten social äh sozialen kontakte wieder los ne irgendwo muss man ja anfangen dass man äh zum beispiel silvester mit denen gefeiert hat zum beispiel mit eben diesem chaos mit äh ein zwei drei leuten fünf leuten sechs leuten aus der community die es halt damals gab diese kleine aber feine community und ja wie gesagt mit denen silvester verbracht und dann hat es sich auch ergeben dass äh jemand häufiger mal im chat aufgetaucht ist äh mit dem sich ein bisschen mehr ergeben hat über die zeit mit dem hat man mit dieser einen person hat man halt sehr viel geschrieben äh exorbitant viel mehr könnte man schon sagen als mit allen anderen da hat man sich dann auch irgendwann mal ähm zu einem treffen verabredet und mit einer anderen personen aus der community kam dieser mensch dann hierher zum ersten mal nach einigen monaten des pc streams und des xbox streams ähm und dann kam diese person hierher dieser mensch und dann ist dieser mensch einfach nicht mehr gegangen ähm ja wie das leben halt so ist ne der iddo der ein oder andere hat es schon mal vielleicht mitbekommen im hintergrund bei den stream aufzeichnungen vor allem jetzt in letzter zeit bei arcturus zum beispiel und bei äh jetzt gerade heute veröffentlicht seven days to die spiele ich mit ihm zusammen äh iddo ist mein lebenspartner seit jetzt mittlerweile zwei jahren über zwei jahren schon und äh es hat sich alles stück für stück wieder zum guten gewendet stück für stück äh ich hab dann eine ganze weile eben wieder gestreamt war jetzt auch hier schon mit äh iddo lang genug zusammen dass er als auch sich mal getraut hat mit reinzukommen ähm und ja er ist ein kerl also für diejenigen die das stört dass hier ein kerl sitzt und mit einem kerl zusammen ist ihr wisst wo die tür ist mehr kann ich dazu nicht sagen die die es nicht stört und die denen sagt das ist egal schön dass ihr da seid ähm musste auch mal kurz angeschnitten werden dieses thema gibt ja immer mal wieder äh leider kacknasen die höhlentrolle sind ich muss mal ganz kurz was trinken Entschuldigung ähm ja nachdem ich dann jetzt halt eben wieder gestreamt habe wieder eine beziehung hatte ähm haben sich so andere sachen ergeben der ein oder andere hat das auch schon mitbekommen ich hatte nie eine ausbildung beziehungsweise ich hatte ausbildungen angefangen mehrere über die jahre hinweg und äh haben aber nie geklappt sind alle aus den ein oder anderen gründen immer in die hose gegangen ähm gut teilweise war es aus eigenem verschulden jungheit dummheit blödheit manchmal hatte ich auch einfach nur pech oh ich hatte viel pech kann man wirklich leider so sagen ich habe mich ganz oft verletzt und zwar so verletzt dass es erstmal eben nicht mehr möglich war irgendwie weiterzuarbeiten für längere zeit ähm fußbruch schulterfreckt allen pipapo ich bin übrigens auch mehr als einmal operiert worden in der ganzen zeit wo jetzt hier auf youtube pause war eins nach dem anderen was wollte ich sagen und nicht lügen ja ich habe eben dann irgendwann ist jetzt knapp über ein jahr her ähm ne knapp quatsch ungefähr kurz nachdem ich mit idu zusammen kam äh habe ich eben auch ein bundesfreiwilligendienst nochmal angefangen ähm was eine schöne erfahrung war war in einer tagespflege vom roten kreuz und äh das war ja sag ich mal arbeitstechnisch schon seit langem so mein ding einfach mit menschen zu arbeiten ich hatte es ja auch mal eine weile als kinderpfleger versucht das ging leider nicht so gut zumindest äh der schulische part nicht so gut mit den kindern zu arbeiten war allerdings super jetzt bin ich halt bei den alten menschen ist auch schön sehr schön sogar ähm ja und es war eine verdammt schöne zeit da in der tagespflege aber schon währenddessen habe ich so ein bisschen gemerkt dass das stream so ein bisschen weniger wurde youtube war ja immer noch nicht wieder da ist es ja bis heute nicht so wirklich ähm und dann hat es sich dort halt ergeben dass äh hinz und kunz mich belabert hat ich soll ja noch mal eine ausbildung versuchen ich bin doch so gut und bla und hin und her das ganze geschwätz wie man halt seine praktikanten oder buftis also freiwilligen dienstleistende oder praktikanten oder was auch immer dazu äh bequatscht sag ich mal dass sie dann doch mal eine ausbildung anfangen ich weiß nicht der ein oder andere kennt es vielleicht in der pflege wie es da abgeht manche anderen kennen es vielleicht nicht ist auch egal auf jeden fall ja man kann in der pflege man sollte in der pflege nicht immer glauben dass man so der king of kong in der pflege ist und deswegen unbedingt diese ausbildung machen sollte manchmal ist es vielleicht halt auch einfach die brauchen leute und die brauchen menschen die eben äh arbeiten und deswegen versuchen sie dir honig ums mauer zu schmieren damit du arbeitest damit du eine ausbildung machst damit du eben eine billige arbeitskraft bist ähm manche tun das nicht sondern meinen das wirklich so dass du ein guter mitarbeiter bist dass du gut in die ecke passen würdest also äh ja man muss halt immer den kontext beachten auf jeden fall bin ich schon wieder abgeschweift es tut mir leid ihr kennt ja ihr wisst ja wie ich bin mittlerweile die meisten von euch sind so lange da ihr wisst dass ich abschweife ihr wisst dass ich immer tausendfach um den heißen brei rede das tut mir leid das ist so auf jeden fall danach weil ich eben so viel honig und mauer geschmiert kriegt habe habe ich eben diese ausbildung angefangen als ein generalistischer pflegefachhelfer wie man das heutzutage so schön schimpft ähm was das genau ist fragt google das erkläre ich jetzt nicht weil sonst äh das führt noch weiter hinaus ähm auf jeden fall habe ich diese ausbildung halt gemacht und äh hatte pläne wieder mal wie immer ich hatte immer pläne mein ganzes leben lang die hälfte die hälfte ist uns noch untertrieben 75 prozent meiner pläne habe ich nie durchgeführt oder nicht gut genug egal auf jeden fall äh ich hatte pläne wollte während der ausbildung einen führerschein machen es hat kohletechnisch hinten und vorne nicht gereicht dafür es hat äh zeitmäßig hinten und vorne nicht gereicht während der ausbildung einen führerschein zu machen also ich habe immer noch keinen führerschein ich bin jetzt über 30 ist so egal hab dann ziemlich schnell festgestellt okay es ist für mich psychisch so auslaugend dieses ganze schulding wieder zu haben die arbeit selber war voll in ordnung es war zwar auch naja körperlich wie physisch äh nein körperlich wie physisch das ist das gleiche körperlich wie psychisch war es halt beides trotzdem belastend und von daher habe ich den führerschein halt während der ausbildung nicht gemacht und was ich auch während der ausbildung gemacht habe nämlich zu streamen habe ich dann im letzten halben jahr meiner ausbildung auch nicht mehr getan und zwar die letzten fünf monate nicht mehr also ich habe schon als die ausbildung halt angefangen hat kaum noch gestreamt nur so sporadisch mal so ein halloween stream so ein freitag der dreizehnte stream und äh weil mir das einfach zu viel war dieses ganze lernen in der schule und die ganzen sachen dieser ganze input 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 den ganzen tag nur input 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 und irgendwelche kleinen schreienden sechzehnjährigen mädels die mir auf den zeiger gegangen sind und nicht nur mädels auch jungs ähm war halt nur einer leider da der so in dieselbe ecke gefallen ist deswegen waren es halt mehr mädels es tut mir leid es ist keine geschlechtersache es ist halt eine kleine sechzehnjährige kackpratzensache was nicht heißen soll dass jeder sechzehnjährige eine kackpratze ist ähm ja alles hat halt einfach so viel von mir gefordert dass ich halt einfach gesagt habe nee ich kann jetzt momentan auch nicht streamen ich kann momentan nicht großartig was machen ich möchte mich um meinen freund kümmern ich möchte mich äh um meine ausbildung kümmern weil diese ausbildung war vielversprechend es ist super gelaufen und ich wollte wirklich meinen fokus da drauf legen dass ich diese ausbildung durchziehe dass ich das zum ersten mal schaffe ich bin 30 jetzt gerade zu diesem moment ich werde im januar 31 das muss sein ich muss diese ausbildung endlich schaffen wenn ich wenigstens irgendwas habe was ich neben dem stream machen kann ne und deswegen habe ich meinen ganzen fokus da drauf gelegt und ich habe es geschafft die ausbildung durchgezogen habe sie jetzt hier im september also vor dem september der monat august äh vor einigen wochen abgeschlossen als einer der klassenbesten sogar hätte keiner nie erwartet ich hatte darf ich jetzt ausnahmsweise ne ich kann das selten in meinem leben tun deswegen tue ich es jetzt ausnahmsweise mal ich habe verdammt nochmal in dem gesamten schuljahr nicht eine note gehabt die schlechter war als eine 2 fast nur eine das gab es früher nicht früher gab es jede note selten mal einser nicht ganz so oft zweier eher so dreier vierer auch mal fünfer auch sechser mal das war das erste mal in meinem leben dass ich sowas gebracht habe in einer schulischen situation dass ich so gut war notentechnisch und auch in der theorie und in der praxis einfach wirklich gut war das hat mich umgehauen kann ich mal sagen entschuldigung habe geschnüpft wollte ich nicht sollte ich nicht tun auf jeden fall diese ausbildung war abgeschlossen und ich habe fünf monate vor ausbildungsende habe ich mein absolutes herzensprojekt angefangen woran ich schon seit Jahren arbeite das ist die elder scrolls arcturus eben ein kleines role playing projekt wo ich den charakter nicht nur spiele den ich spiele während ich oblivion spiele sondern wirklich der charakter bin und alles aus der sicht dieses charakters eben erlebe und die gedankengänge des charakters ausspreche und so weiter das habe ich vor fünf monaten schon angefangen mit den ersten zwei streams ein paar von euch haben es geguckt ja und dann habe ich schon wieder aufgehört da kamen mal zwei streams und dann kam mal wieder ewig nix weil ich der meinung bin das war ein scheiß zeitpunkt das da zu tun ich hätte es jetzt anfangen sollen ich hätte mich noch fünf monate gedulden sollten bis nach der ausbildung weil ja danach war ich habe es versucht ein bisschen streams mit einzubauen es ging nicht ich habe zwei streams gemacht mit arcturus eben und dann war es das wieder ich habe gemerkt okay ich kann keine streams mit reinbauen das gibt meine psyche meine mentale belastungsgrenze einfach nicht her und deswegen habe ich dann doch wieder gelassen knapp irgendwie fünf sechs monate lang eben gut fast forward zu jetzt ähm jetzt sind wir da und ihr habt vielleicht in den letzten tagen gesehen es kam ein weiteres arcturus video es kamen jetzt heute drei seven days to die aufnahmen also nicht aufnahmen sondern stream aufzeichnungen das ist ein unterschied ein gewaltiger ähm ich mache jetzt erstmal weiter so gut wie ich eben kann in den letzten tagen haben wir viermal die elder scrolls arcturus eben stream entschuldigung wenn ich hier mit meinem scheiß kuli rumspiele es tut mir voll leid ähm und drei seven days to die seven days to die streams äh heute wird es auch wieder ein seven days to die stream geben auf meinem twitch kanal und ja jetzt läuft es wieder jetzt hat es sich ein bisschen eingependelt jetzt ist alles in ordnung die ausbildung ist geschafft ich habe wieder den kopf ich habe diese ganze belastung von der schule weg und jetzt gibt es wieder content jetzt mache ich wieder jetzt habe ich lust jetzt habe ich kraft jetzt will ich einfach content aber und da wären wir jetzt aber ähm ich mache keine klassischen let's plays mehr also ich habe das ja so habe ich angefangen auf diesem kanal äh vor jahren klassische let's plays zu machen ähm ja nichts in mir ist daran noch interessiert leider äh klassische let's plays wird es von jetzt an beziehungsweise was heißt von jetzt an seit Anfang dieser pause seit dem letzten Resident Evil 2 Remake Video wird es so nicht mehr geben ähm was ich machen werde ich werde auf Twitch streamen und äh ich werde nicht nur auf Twitch streamen sondern werde eben diese Stream Aufzeichnungen äh im Nachhinein immer nach YouTube exportieren ihr werdet also immer diese YouTube Videos bekommen diese YouTube Videos die eben nicht eine Viertelstunde eine halbe Stunde eine Dreiviertelstunde lang sind sondern halt mal vier fünf sechs manchmal auch bis zu zwölf Stunden im Falle von Red Dead Redemption 2 zum Beispiel das waren ja ein bisschen länger also meine normale Streamzeit ist ja mittlerweile zwischen vier und sieben Stunden und ich lade diese Videos halt in einem Batzen hoch weil die Videos in 15 Minuten Segmente zu teilen das habe ich mal probiert bei Resident Evil 4 erinnert euch vielleicht noch der ein oder andere das fand ich richtig schrecklich und irgendwie hat es auch keinen Unterschied gemacht es wurde trotzdem nicht häufiger geguckt ähm deswegen werde ich die Twitch Aufzeichnungen eben auch nicht weiter auseinander schneiden oder bearbeiten sondern so wie sie sind exportieren wenn es ein Copyright Claim gibt auf YouTube dann tue ich den noch muten oder raustrimmen oder was auch immer damit das eben nicht der Fall ist aber ich verdiene ja eh kein Geld mit diesem Computer was? nein mit diesem Channel also ich verdiene kein Geld damit es ist alles rein nur für ich möchte das machen ich finde das schön und die paar Leute wo da sind wo das sehen möchten die können das sehen das finde ich auch schön und das war's Geld verdienen hiermit ist nicht überhaupt nicht ähm also wenn ihr mal Ads bei mir in den Videos seht dann liegt es daran dass YouTube halt Ads reinballert nicht an mir ich habe keine Ads drinne und ich nehme auch kein Geld mit den Ads ein also könnt bei mir so oder so gerne auf weiter klicken ähm ja klassische Stream Aufzeichnungen äh Let's Plays gibt es nicht mehr nur noch Stream Aufzeichnungen und jetzt aktuell eben spielen wir eben auf Twitch The Elder Scrolls Arcturus und Seven Days to Die aus The Elder Scrolls Arcturus machen wir vielleicht noch ein Hörbuch je nachdem wir tun jetzt in letzter Zeit also mit wir meine ich mich und mein Freund äh wir tun in letzter Zeit eben sag ich mal äh so ein bisschen darum noch bauen um diese Streams wir schreiben im Nachhinein eben also hauptsächlich ich schreibe auf was in den Streams eben passiert ist was Arcturus erlebt hat und wir haben da jetzt schon einiges an Seiten äh auch ohne die Vorgeschichte die ja am ersten Stream dran hing ähm einiges an Seiten und ich bin am überlegen das eben so in der Art von Halo eben als klassisches Hörbuch sozusagen ohne das Spiel was im Hintergrund läuft nochmal zusätzlich hochzuladen zu sagen okay wir haben die Stream Aufzeichnung mit Oblivion Gameplay was die einen Leute halt vielleicht gucken möchten und wir haben auf der anderen Seite dann aber auch vielleicht die Hörbücher die eben dann nicht in einem 6 Stunden Packen kommen sondern wirklich vielleicht in einem kürzeren Packen kommen in einem halbstündigen Packen als Playlist wo ihr nur meine Stimme hört wie bei Halo eben wo ihr nur das Elder Scrolls Bild Elder Scrolls Actress Bild im Hintergrund seht und einfach nur zuhört das ist sowas was in Planung ist wenn ich von euch irgendwie eine Rückmeldung bekomme dass ihr das wollt können wir das mal versuchen wenn es geguckt wird dann können wir es auf jeden Fall machen wenn es halt keine Rückmeldung gibt überlege ich mir das halt ob ich es einfach mal versuche und wie es dann bei euch ankommt werde ich dann ja sehen und jetzt last but not least ich weiß ich habe es ein bisschen jetzt sehr rausgezögert es tut mir auch leid Halo was ist mit Halo ich habe schon mal gerade eben hier diese da ist er diese wunderschöne Lücke da oben angesprochen das ist genau dieses Buch Entschuldigung ich habe schon wieder mit dem Kuli geklickt das ist genau dieses Buch das ist Halo die Schlacht um Reach was da oben da fehlt ich finde nämlich dieses Buch nicht mehr schon seit langem nicht mehr und das Schlimme ist kennt ihr das wenn ihr wenn ihr schwören könntet wenn alles in eurem Kopf sagt es ist noch nicht lange her da lag dieses Objekt was ich jetzt seit Wochen vermisse genau da genau da auf diesem Schreibtisch es ist weg ich finde es nicht wir haben die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt wir haben ja auch unlängst aufgeräumt und umgeräumt wieder mal hier hinten sieht es wiederum anders da aus und wir haben alles durchsucht wir haben die ganze Wohnung durchsucht ich finde dieses Buch nicht mehr und ich habe eben mit dem Kontext dieses Buch gesucht weil ich unbedingt mit Halo weitermachen wollte auf YouTube die klassischen Let's Plays sind für mich jetzt gestorben auf YouTube aber das möchte ich wirklich weitermachen schon alleine für die ganzen Leute wo seit Monaten und Jahren eigentlich unter meinen Videos schreiben von Halo bitte mach weiter ich möchte wenigstens wirklich für euch noch weitermachen weil ihr schon seit so langer Zeit drauf wartet und ich das auch wirklich eigentlich zu Ende bringen will und dann habe ich mich endlich dazu entschlossen das weiter zu machen dann ist dieses Buch nicht mehr da und nicht aufwendbar deswegen haben wir es eben jetzt auf Ebay neu bestellt und es ist jetzt unterwegs es sollte in ein paar Tagen kommen und wenn es kommt dann werde ich mich wieder da dran machen und dann geht es weiter und es trifft sich ganz gut ich habe ja vorhin schon mal angesprochen das ist Ido der Herr Außenkorrespondent wie er auf Twitch genannt wird den werdet ihr immer mal wieder in den Twitch Stream Aufzeichnungen eben im Hintergrund sehen den werdet ihr hören in den 7 Days to Die Streams den werdet ihr einfach erleben sag ich mal und Amy kennt ja die meisten auch schon das ist unsere Katze Hallo Amy ja Ido und Amy die beiden mein Freund und meine kleine süße Schwester Tochter Katze was auch immer ja mein Verlobter okay Entschuldigung Verzeihung Entschuldigung musste kurz die Katze kraulen ja hat sich gut getroffen dass die beiden jetzt noch kurz reingekommen sind so zum Ende hin ja also es bleibt nochmal kurz festzuhalten keine klassischen Let's Plays mehr die klassischen Let's Reads in Form von so wie ich es bei Halo gemacht habe wird es wieder geben bald ich werde die Schlacht um Reach auch genau so zu Ende bringen wie ich sie äh angefangen habe mit den Kapitel für Kapitel wahrscheinlich auch noch ohne Stream weil das ist auch so ein Punkt wo ich noch am überlegen bin ob ich das mal in der äh auf Twitch eben machen soll ob ich die Bücher da vorlesen soll und äh dann ebenfalls als wie die anderen äh Gameplay Streams einfach rüber exportieren soll oder ob ich das lieber so machen soll wie ich es die ganze Zeit bei Let's Read Halo gemacht habe da bin ich mir noch unschlüssig müsst ihr mir vielleicht Rückmeldung geben wie ihr das gerne möchtet ja es wird Streamaufzeichnungen geben die werden vier bis zwölf Stunden lang sein je nachdem momentan kommen ja keine zwölfstündigen aber es ist halt nicht unwahrscheinlich oder unmöglich dass auch mal ein zwölf Stunden Stream bei rumkommt ich sag's euch wie es ist auch wenn die meisten zwischen vier und sieben Stunden lang sind ähm ja wem das gefällt cool sehr schön freut mich bist eingeladen zu bleiben wem das nicht gefällt wer das nicht so gucken kann und will tut mir leid was anderes wird es nicht mehr geben ich entwickle mich auch weiter jeder entwickelt sich weiter Interessensgebiete verlagern sich und ja ich werde keine Let's Plays mehr machen der Name wird gleich bleiben Stormtrooper LP ich werde mich nicht umbenennen maximal würde ich mich in Stormy umbenennen weil mich ja eh schon jeder so nennt ähm aber das heißt nicht dass ich nochmal Let's Plays machen werde es wird nur noch Twitch Streams geben die klassischen Let's Reads vielleicht wenn sie eben bei euch ankommen und die Elder Scrolls Arcturus weil das ist so ein bisschen von beidem im Grunde das ist Gameplay und das ist Read kommt dir immer was vor zwischendrin so das alles ging jetzt sehr viel länger und ich glaube ich habe ein paar mal zwischendrin übersteuert es tut mir leid wenn es so war Entschuldigung ähm das ist jetzt alles wieder viel zu lang gegangen 38 Minuten gerade exakt sagt mir mein Timer da unten dass ich gequatscht habe ich hoffe ich habe den ein oder anderen geneigten Zuschauern nicht zu sehr gelangweilt mit dem was ich jetzt gerade alles erzählt habe es war ja jetzt eine Menge Holz es war ja auch viel Privates mit dabei ähm was aber zum Verständnis eben teilweise benötigt wird oder wurde und die die bis jetzt hier mit zugeschaut haben danke euch dafür die die zwischendrin abgeschaltet haben danke trotzdem für das was ihr geguckt habt äh und alle die die schon seit Jahren da sind und auf Halo warten es tut mir wirklich von Herzen leid dass das so lange gedauert hat und auch jetzt noch immer noch ein paar Tage dauern wird bis das Buch da ist ich die erste Folge das erste Kapitel wieder aufgenommen habe es tut mir leid aber ich danke euch für eure Geduld für euer Warten ich weiß manche haben aufgegeben und haben entfollowed sind weitergezogen das ist in Ordnung so ist es eben die die noch da sind danke vielen Dank es geht bald weiter und der ganze Rest der vielleicht noch Streamaufzeichnungen mitguckt tatsächlich ich wünsche euch bei den zukünftigen Streamaufzeichnungen viel Spaß und bei allem anderen was hier auf dem Channel passiert ebenfalls Freunde wir sehen uns im nächsten Stream wir hören uns im nächsten Next Read ich hab euch lieb und bis zum nächsten Mal Toodaloo 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 Vielen Dank.